Und du fragst allen Ernstes, ob es noch mehr gibt? Für dich jedenfalls nicht. Ich überlege, ob ich nicht weggehen sollte. Nach Montana möglicherweise. Auf jeden Fall ganz weit weg. Ey, wach auf, Peter Pan. Wir sind ja nicht in Disneyland. Schmink dir das ab. Was willst du denn? Du bist ein Gigolo-Mann. Das ist der gottverdammte amerikanische Traum. Ich sag dir was. Nur weil du Gewissensbisse hast, bist du nicht besser als wir. Also, 9 Uhr.